moin moin hallo und ein herzliches willkommen bei meiner offiziellen xbox games collection wo ich euch spiele vorstelle wie man sie in den ersten 30 minuten erlebt und heute habe ich wieder ein grandioses spiel für euch was ich euch zeigen möchte mit euch anzocken möchte und dort mal die ersten 30 minuten reinschnuppern möchte und zwar ist es hitman 3 für die xbox one und es optimiert für die xbox series x und es und ja ich habe selber auch noch nicht gezockt und dann schauen wir mal gemeinsam an wie blöd ich mich anstelle von daher bis gleich bleibt dran so meine lieben freunde wie versprochen zocken wir jetzt hitman 3 für die xbox one und wir zocken jetzt auf der xbox series x und starten die ersten 30 minuten jetzt wie gesagt ich habe selber auch noch nicht gezockt und ablehnen kann ich ja stetigen so was haben wir denn mal neuer inhalt zum microsoft store nein wollen wir nicht was haben wir hier spielemechanik steuerung grafik was können wir denn mal einstellen nichts besonderes wo kann ich denn ein neues spiel starten bitte patch notes wollen wir nicht zum titelbildschirm wollten wir auch eigentlich nicht wir wollten eigentlich nur starten story fortsetzen wie story fortsetzen ich hab's doch noch gar nicht gezockt na ok da sind wir doch so wir wollen natürlich den prolog spielen ankunft ankunft einsatzziele was haben wir denn ankunft herausforderung und los geht's ok bewegen können wir uns schon mal und damit können wir laufen haben wir ja schon mal was geschafft jester jester isn't it Ich weiß. Du musst auch wissen, selbst. Ich arbeite daran. Ich habe deine Kase-File geschrieben. Impressive Arbeit. Partly Textbook, aber ich denke, Fieldwork nie ist. Sag mir, was es fühlt sich als? Taking lives? Random. Disordered. Ist das warum du hier kam? Warum du uns testestest? Vielleicht ich nicht die einzige, die zu testen. Gut. Wir sind hier. Basic Training beginnt bei 0.600 Uhr. Ich sollte... ...leiten Sie sich vorbereiten. Bist du sicher? Ich bin. Keine Chance gibt, Frau Burnwood. Ich wähle ihn. Kann ich wissen, warum? Ein Blank-Slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive. No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see a possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, Sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Okay, es geht los. Okay, der ist oben. Okay, schauen wir mal. Dann kann ich wieder aufstehen. Okay, ich will das mal Waffe ziehen. Okay, rechter Stick. Hier komme ich nur als Paketträger rüber. Ist ja kein Problem, dann finden wir halt was. Irgendein Paket. Oh, und da haben wir ja schon mal was. Dietrich fehlt. Okay, der ist schon mal weg. Äh, halten. Okay, haben umgezogen. Beseitigen. So, der ist erstmal ausgeschaltet. Ähm, jetzt müssen wir was tragen, glaube ich. Da lag doch irgendwas. Taktischer Rollkragenpullover. Ah, derzeitige Verkleidung. Ne. So, jetzt müssen wir eine Kiste. Was? Was? Speichern und laden. Okay. Wir können es hier speichern. Machen wir. Aufpasser. Personen, die mit dem Bedrohungssystem, äh, Symbol markiert sind, werden sie verdächtig finden. Achten sie darauf, dass sie von ihnen nicht gesehen werden. Nein. Da ist er. Was können wir hier? Jemand verdächtigt sie, wenn sie in einem Bereich gesehen werden, zu dem sie keinen Zugang haben, mit unerlaubten Objekten hantieren oder verbotenen Aktionen durchführen. Versuchen Waffen, äh, Wachen sie zu verhaften. Ah, okay. Your inappropriatenness knows no boundaries, Sir. You need to leave. Mhm. Was wäre denn noch interessant für uns? Okay, er begrüßt mich. Hammer, ne Waffe, Gegenstände werfen, äh, werden diese bewusstlos fallen und nicht eliminiert. Falls sie gefunden werden, werden sie aufgeweckt. Okay, verstanden. Oh, meine Zielperson geht stiften. Was ist das? Ah, der darf mich nicht sehen. Gift fehlt. Ähm, nach oben muss ich, genau. Okay, ich brauche eine bessere Verkleidung. Das heißt, ich muss mir den Koch schnappen. Okay, Tür zumachen. Schraubenschlüssel nehmen. L.T. halten und R.T. werfen. Okay, dann verkleiden wir uns. Und beseitigen ihn. Okay, ähm, wir nehmen den Schraubenschlüssel mit und nicht tödlich, stecken den weg. Gift fehlt. Ich weiß nicht, wo ich das Gift bekomme. Aber wir gucken erstmal oben weiter. Ähm, durften wir hier durch? Ja. 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 Hm, der darf mich nicht sehen. Ich bin, bis du zu nahe herumschauen. Um eavesdrop zu einer versammelt, versuchen zu finden ein Weg der St Vegetation zu unterbeziehen. Okay. Wir sind jetzt ein sohn? Die Stöck, wird uns langsam reagieren. Die Sparow kann nicht sterben. Was ist er zu tun? Sie sind nicht ein superherro. Sie existieren nicht. Wir sind nicht das, diese Art nicht. Sie sind nicht. Wir sind zu salmon. Ich вспiege, ich finde. So ist es gut gemacht, Initiative. Okay, der haut ab. Aber wie kann ich mir den schnappen? Oh, nein, danke. Nein, nicht vor 6 Uhr. Meine Freundin ist sehr wunderschön. Meine sympathie. So, eine gute Zeit. Ich habe die Computer in meinem Büchern gesetzt. Ja, bitte. Lass uns den Weg. Sehr gut. Wenn wir gewinnen, kannst du mir ein Schnappen machen. Anyway, es scheint Ritter zu haben, mit einem Mann in White zu haben. Das könnte gut sein. So, dann latschen wir mal hinterher. Vorsichtig, wenn wir dürfen. Bis jetzt ist alles okay. Ich bin ein Schnappen. Ich bin ein Schnappen. Ich bin ein Schnappen. Ich bin ein Schnappen. Was ist das? Ein Reaktor? Nein, nicht nur ein Reaktor, Herr Ritter. Es ist mehr eine Revolution. 50 Jahre. werden wir damit steigen. ist die Zeit für mich besser. Vielleicht 75 oder 100. Ich versuche es nicht, aber jemand zu machen, mit dem Reaktor zu kommen wird das Reaktoruff. Also bin ich für dich. Entkommen würde ich sagen. So mal gucken ob wir denn kommen können. Ich versuch's mal auf den Weg wie ich gekommen bin. Hey lass mich doch vorbei. Ich laufe im Kreis. Wo ging's denn noch mal runter? Ich bin nach irgendeine Tür gekommen. Da waren die Toiletten. Da auch. Hier war die Küche. Boah ich hab schon die Orientierung verloren. Hahaha. Ah da. So ist der Typ da noch? Jetzt nur noch ganz gemütlich zum Auto gehen. Und wir ziehen uns wieder als normaler. Umso wie wir gekommen sind. Dummdi 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 dumm. Ich glaube, mein Hunch war richtig über dich. Ich freue mich auf das letzte Test. Das war's. Sie sind auf die Charts. Such Fähigkeiten und Reflexen. Sie können nur das Ergebnis von vorherigen Training sein. Ein Power wie das, mit kein Moral-Restrain. könnte es gefährlich sein. Ich dachte, das war eher der Punkt, Sir. All Agents haben Weak-Spots, Miss Burnwood. Pressure-Points, um sie zu halten. Aber dieser... Vielleicht wäre es besser, dass sie sich in Ordnung haben. Give me a chance, Sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Welcome back, Initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. vary your strategy. Improvise. We will be watching. Also den gleichen Kram nochmal. Fern-Sprengsatz Dietrich. Den können wir mitnehmen. Blendgranate. Münzen. Ja. Wir nehmen mal alles mit. So. Haben wir sonst noch was? So, irgendwie konnten wir doch hier rüber entkommen, oder? Was war hier? Oh, sieht doch keiner. Ah, okay. Ich darf mit der Kleidung da nicht rein. Ich darf mich halt nur nicht erwischen lassen. Moahaha. So. Was haben wir hier? Da haben wir schon einen von. Waffenkisten. Sollten. 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 Herumliegende Waffen aufgefunden werden, wird ein Wachmann sie in eine solche Kiste platzieren, das wird ihn eine Weile beschäftigen. Okay. Okay. So. Da ist ein Wachmann, da auch. Sie können Personen mühlenlos, kamphunfähig machen oder eliminieren, indem sie von hinten in den Spitzkasten nehmen. Aber denken Sie daran, der Tod unbeteiligter Person wirkt sich negativer Virupunktzahl aus, da ein echter Killer möglichst gewaltlos vorgeht. Verkleidungen sind für ihren Erfolg entscheidend, mit der passenden Verkleidung haben sie Zugang zu bestimmten Bereichen, da sie Wachleute umgehen und sich in der Öffentlichkeit verstecken können. Einige Personen, sogenannte Aufpasser, durchschauen ihre Verkleidung. Okay, den nehmen wir mit und ihn hier beseitigen wir. So, nächstes Zielobjekt. Öffnen wir mal den Bums. Engine Roam, was haben wir denn hier? Aber kein Gift. Feuerlöscher. Unerlaubte Aktionen erregen Aufmerksamkeit, wenn sie bemerkt werden. Setzen sie diese Aktion nur ein, wenn sie niemand dabei beobachtet. Okay, ich muss erst mal gucken, wo finde ich denn Gift. Weil das wäre ja auch mal eine coole Aktion. Feueralarm. Rattengift. Nice. Personen und bestimmte Objekte können vergiftet werden. Es gibt drei Arten von Giften. Brechmittel zwingen das Opfer sich zu übergeben. Tödliche Gifte töten das Opfer nach kurzer Zeit. Und Betäubungsmittel einen Tiefschlaf. Äh. Ich brauche schon ein richtiges Gift. Jetzt sind wir wieder hier. Dann gehen wir mal eine Etage höher. So. Was haben wir hier alles? Hier dürfte normal gar kein Gift liegen. Wo viele Leute rumeiern. Okay. Oh, oh. Okay. Ausschalten kann ich ihn nur weniger. Schnell weg. Können wir uns noch verstecken? Ich brauche wohl eine andere Verkleidung. Ah, er geht wieder. Nice. Hier war die Küche. Äh. Ja. Überwältigen wir ihn. Und verkleiden. Machen wir das Spiel hier nochmal. Aber diesmal nehmen wir ihn. Stecken ihn da rein. Schränke und Müllcontainer. Ja, ja. Besitigen ihn. Dann vergiften wir das Essen. Rappengift. Benutzen. Okay. Nehmen wir wieder die Secure. Oder? Oh, der darf mich so nicht sehen. Jetzt sind die Bullen nicht mehr so skeptisch. Na, ein paar. Aber was kann ich jetzt mit dem Essen machen? Verkleiden. Irgendeiner muss ihm doch Essen holen. Oh, oh. Nice day for it, isn't it? Jo. Absolut nice. Er ist jetzt da wieder. Untertauchen. Pfff. Pfff. Cellphones. No one's broken too. I swear to god. Kalista. I think technology hates me. Gift fehlt. You are the finest people the world has ever seen. Wer darf mich hier nicht sehen? Eigentlich jeder. Danke. Hinausb... Ja, okay. Sucht mich jemand? Nein. Aber ich finde kein richtiges Gift mehr. Und das Essen hat auch mal nicht geholfen. Greetings, Mariner. Hm. Unerlaubte Aktion. Hier kann ich auch keine Falle setzen, oder? Blendgranate, Münze, Dietrich. Denn, die Hände Drucken muss sein. Grüß, Komm. Wie fragt ihr? Ich kann mich die Person. the director bisogne trusting in den Ge choking. Wie fragt ihr Ding, die immer Folende? Achたst das ist 그러� Home. Yann Johann 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 snowfl-Dunner Hmm. So, wo ist der Kotz? Oh, das war knapp. Who left that lying around? Wow, so you've got the blueprints. Most impressive. People get what they pay for, Mr. Norfolk. And you paid for the best. Here, I'll pull the files for you. Not my usual seeing technology. Most of my clients are art collectors. So, what is it anyway? Some type of reactor? Well, not just a reactor, Mr. Ritter. It's more of a revolution. Fifty years ahead of its time. Maybe even more. Maybe 75 or 100. I don't mean to boast, but whoever makes it to market first. With this reactor. So, da laufen wir mal nach unten. Oh shit, der darf mich gar nicht sehen. Okay, der geht stiften. Und dann mit dem Boot weg. Ah, komm. Geschafft. Once again, great work initiative. Juhu. This exercise is available for as long as you need. When you are ready to advance, you have only to let us know. Training ist alles. Freies Training im Prolog abgeschlossen. Mega nice. Da haben wir ja noch was geschafft in unserer ersten halben Stunde. Denn wie es weiter geht, müsst ihr selber rausfinden. Denn die 30 Minuten sind vorbei, meine lieben Damen und Herren. Ich hoffe, ihr habt gefallen dran gefunden, es selber zu zocken. Und vielleicht seid ihr die begnadeteren Killer, als ich es bin. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schaut doch nach bei YouTube in meiner offiziellen Xbox Games Collection von A bis Z. Dort sind es schon über 730 Spieler und da findest du bestimmt noch eins, was du verpaust hast oder worauf du auch noch Lust hast. Und kannst dir dort schon mal die ersten 30 Minuten angucken, ohne zu groß gespoilert zu werden. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und wünsche dir alles Gute. Und nicht vergessen, zocken macht Spaß. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.